Moin zusammen, moin herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Immer noch Tag 39, wie beim letzten Mal. Ja, ich hatte beim Händler mal geguckt. An Tag 40 kommt Reloot, also haben wir da noch ein bisschen Zeit. Und wenn wir schon mal hier draußen sind, dann können wir auch gleich nochmal die Verkabelung nochmal machen von den Lampen. Abgesehen davon habe ich ja noch ein paar Lampen mitgebracht. So, da kommen wir da hin. So, dann bauen wir das nämlich ab. Und, äh, gehen dann von dem einmal da unten nach oben. So. Und gehen dann von dem einmal da unten. So. Machen wir das nämlich auch ein bisschen schön. Jetzt müssen wir eigentlich gleich wieder nach innen. So, wir können auch erstmal hier die Lampen setzen. Ich habe nämlich noch ein paar noch fertig, fertig, fertig gecraftet. So, hier wollten wir eine setzen, ne? Und dann immer an den Säulen. Aber eine da drunter. So. Ja, mal gucken, wie das nachher aussieht. Wie das nachher ausleuchtet. So. Und hier können wir eine nochmal mittig setzen, glaube ich. Hier haben wir eins, zwei, drei, vier. Gut, richtig mittig. Da können wir sie nicht setzen. Ähm. Ich würde vielleicht sagen... Oder hier eine und dann nochmal an der Säule. Ja, okay, das können wir auch machen. Nein. War natürlich sehr schlau. Das war natürlich sehr, sehr schlau. Machen wir die sonst hier doppelt fertig ist. So. Zwei haben wir noch über. Machen wir die Seite nämlich noch. Da unten ist da. Können wir die noch setzen? Äh. Na komm. Na komm. Na komm. So. So, Lämschen. So, Lämschen. So, dann haben wir noch die Verteiler. Verteiler. So. Zehn Stück habe ich dabei. Dann setzen wir hier einen hin. Ähm. Wollen wir hier zwei setzen? Setzen wir hier einen mittig. Nee, wir setzen da einen und da einen. So. Setzen wir hier noch einen hin. Dann wollten wir hier aus. Nee, wir verteilen hier oben. Oder wir verteilen da oben. Die Frage ist ja, stoßen wir uns da die Rübe? Vielleicht setzen wir da hin. Dann dürfen wir uns eigentlich nicht die Rübe stoßen, oder? Nee, das sollte gehen. So. Und dann springen wir einmal von hier aus. Dann springen wir einmal da rauf. Okay. Okay, dann müssen wir einmal durchs Kabel durchrennen. Auch sehr schön. Sehr spannend. Ja, sieht natürlich nicht optimal aus. Aber wir können ja durchglitschen. Das ist ja kein Problem. Ist alles gut. Gut. So. Dann springen wir einmal nach oben. Hm. Eigentlich müssen wir dann von dort aus einmal hier rauf springen. Machen wir uns gleich das Kabel wieder kaputt. Nee, doch. Geht doch. Geht doch so. Bisse. Dann geben wir nämlich Strom gleich da drauf. Dann gehen wir hier einmal ringsherum. Zack. So. Dann haben wir eigentlich eine gute Verteilung soweit, ne? Aber würde ich sagen, schalten wir hier mal ein und gucken, wie das Licht draußen aussieht. Na gut, die sind noch nicht angeschlossen. Können wir aber gleich mal machen. Wie das auf der anderen Seite aussieht. Wobei, wie gesagt, wir werden da keinen keinen guten Lichtkegel sehen. Na, also die leuchten zwar, man sieht es, aber man sieht eben halt nicht, ob das was gebracht hat. Wahrscheinlich müssen wir das so wie auf der anderen Seite eben halt auch machen, dass wir da eben zwei nebeneinander setzen. Wir müssen uns das mal bei Nacht mal angucken. Oder zumindest, wenn es irgendwie dunkel wird. Mir fällt mal gerade auf, wir haben das gar nicht mit dich gebaut, ne? Nee, wir konnten das auch gar nicht mit dich bauen. Egal. Naja, Hauptsache, wir haben ein bisschen Licht. Schönheit ist es mal relativ. Das ist es mal egal. So, das heißt, wir haben zwar Lämschken da, aber wir wissen noch nicht, wie das und ob das was bringt. So, dann können wir die eigentlich gleich auch mal mit anfrickeln hier. Komm, einmal dich. Speisen wir dich mit ein, dann gehst du auch an. Dann haben wir hier Lämschken. Und wir haben hier noch gerade so super an. So, einmal von dir aus da drauf. Und mich hier auch wieder was rübersetzen, so. Ja. Ja. Na, von dir aus hier rauf. Und von dir aus na. Und hier aus da rauf. So, dann haben wir die Seite ja schon komplett einmal bestrahlt, hätte ich fast gesagt. Bus geleuchtet. Nein. Ja, das war wieder klar. Natürlich ist das Bein verstaucht. Das erwarte ich auch. Das Bein ist natürlich verstaucht. Ah. Ah. Das sieht natürlich erst mal so, von dir aus sieht das erst mal ganz schön hell aus. Aber ob das eben halt der Nachtwurst bringt, ist halt die Frage. Aber so hell sieht die ehrlich gesagt gar nicht aus. Dann müssen wir echt mal gucken, ob das vielleicht von den Strahlen her das von den Strahlen her ein bisschen besser funktioniert. So. Ganz zärtlich vorne längs laufen. So. Einmal muss noch ein bisschen höher. Das war ein bisschen zu. So. Einmal. Einmal den. Machen wir hier auch ein bisschen Licht. Und das war es ja an der Stelle schon wieder, ne? Vorsichtig. Nicht, dass wir uns gleich noch das Bein brechen, wenn es schon verstaut ist. Ist ja schon sieben Minuten. So. Okay. Ja, wie gesagt, das sieht jetzt nicht so ganz optimal aus. Das müssen wir uns mal angucken. Eben halt in der Nacht, ob das was bringt. Von der Helligkeit her. Ah, müssen wir mal sehen. Ich bin mir da noch ein bisschen skeptisch, ganz ehrlich gesagt. Ansonsten machen wir das eben halt so, dass wir dann diese normalen Strahler nehmen. Diese ganz normalen Standardstrahler. Insofern ist natürlich der Schalter, den wir da gesetzt haben, eigentlich auch überflüssig. Weil wir den Generator ja auch immer ein- und ausschalten können. Aber vielleicht brauchen wir so nochmal Dauerstrom zwischendurch. Insofern haben wir nochmal einen Sicherheitsschalter zwischendurch. So, dann fangen wir auch schon mal an hier. Oder setzen wir da noch welche drunter, so wie wir das gerade gesetzt haben, aus Versehen. Ja, komm, machen wir das jetzt halbe, was soll's. So, einmal nochmal den. So. Wo ich hier... Achso, alles klar. Die haben wir noch nicht weiter gebaut. Alles klar. Achso, dann haben wir auch... Was? Äh. Okay, das ist schon richtig. Gut. Die ganzen Frames erstmal sitzen. Hier nehmen wir die Säulen. Die können wir gleich als erstes gießen. Die Ecken sind immer ein bisschen praktischer, wenn man die gleich macht. Die ist richtig. Nein. Okay. Und nochmal 500 Stück. Okay. Ich hätte ja irgendwie gerade ein Knurren oder sowas gehört. Ah. Vielleicht das wäre gleich wieder irgendwie... Oh, was heißt Knurren? Das würde sich eher so wie Bären gerade an. Vielleicht... Ja, weiß ich nicht. Einfach nur Paranoia. Einfach nur gesunde Paranoia. Ah. Ach, Mensch. Was wir hier schon wieder alles an Material reinbuttern müssen. Ich muss auch unbedingt nochmal ein bisschen Eisen organisieren. Ich habe kaum noch was in der Schmelze. Naja, was heißt kaum noch? Ich habe irgendwie so 10.000 oder so. Aber dafür, dass wir dann mal 30.000 drin hatten. Und hier ja auch noch ordentlich was reinbuttern müssen. Ah, da geht noch einiges ins Land. Aber das war ja auch nicht anders zu erwarten bei dem ganzen Bau hier wieder. Und die ganzen Wände fehlen ja auch noch. Guck mal, hier haben wir ja noch Erze. Das stimmt. Da hatte ich irgendwie Nitrat oder sowas gefunden. Ah, mein Gott. So. Äh, ein bisschen... Was haben wir noch am Beton über? 680. Dann setzen wir hier vorne noch mal ein paar. So. Das Reparieren kostet doch mal so viel Zeit, ne? Und Material natürlich dann auch. Aber vor allem Zeit. So. Das haben wir. Das kommt sowieso weg. Das kommt auch noch alles weg. Ja, aber es sieht schon krass aus, ne? Die Basis. Also gar keine Frage. Das ist echt schon krass. Die Lamme haben wir noch vergessen. Guck dir das an. Ah. Das müssen wir auch noch mal machen eben. So. Lämschken. Lämschken bauen wir uns jetzt mal hier eben gerade hoch. Einmal. Die haben wir ja glatt vergessen. Das geht ja gar nicht. So, zack, zack. Äh. Ach ne, wir müssen uns noch ein bisschen höher. Äh. Einmal. Mal zu dir. Und einmal. Na, komm ich ran. Na, komm ich ran. Na, komm. Und einmal zu dir. Joa, ist doch gut. So. Oh. Was passiert, wenn man natürlich keine Frames setzt? So. So. Einmal. Und einmal ausschalten. Wie viel hat er jetzt schon verbraten in der Zwischenzeit? Äh, ja. Gut, 19. 19 Watt. Okay, kann man machen. Wenn da nachher noch zwei Motoren mehr drin sind, dann passt das auch. Ja, sieht von hier in natürlich dann auch eher so, hm, aus, ne? Aber ich denke mal, dass das geht schon. Aber wenn wir das jetzt wegmachen, dann sieht das auch nicht mehr ganz so schlimm aus. Da haben wir ja drin zwar ein bisschen Strom, aber ich glaube, das sieht ein bisschen insgesamt ein bisschen aufgeräumter aus, als das, was wir vorher hatten über die Außenfassade. Ah, ein bisschen heilen sollte ich mich auch noch mal, wa? So. Okay. Sehr schön. Also haben wir zumindest mal ein bisschen was. Müssen wir noch mal gucken. Achso, stimmt. Wir haben noch was vergessen. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Ganz wichtig. Müssen wir den ja noch mal einschalten. Wir müssen ja auch das Ganze nach oben noch mal bauen. Warte. Machen wir unseren, äh, so, einmal. Müssen wir noch mal oben ja auch noch bauen. So. Zack. So. Äh. So, jetzt können wir das über die Kamera nämlich gucken. So, siehste. Ja, guck mal, hier ist da nodig. Da ist er, da ist er. Okay, so geht auch ein Selfie. Ich wollte ja eigentlich ein Selfie schießen, aber naja, okay. Apropos schießen. So. Ähm. Ja, jetzt könnten wir natürlich gucken, in welche Richtung wir absichern wollen. Ja, also wie gesagt, man müsste eigentlich wirklich für alle vier, für alle vier was setzen, ne? Müsste eigentlich für alle vier Seiten, müsste man hier eigentlich einen Geschützturm setzen. Na, und vielleicht mehr so ein bisschen so. Dass wir ein bisschen mehr Richtung Himmel zielen. Ich mach das erstmal so relativ zentral, mal gucken. Weil wenn wir da vorne stehen, dann werden wir vielleicht ein bisschen abgesichert. So. 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 Alles klar. So zielt er theoretisch ein bisschen mehr nach oben. Das heißt, wenn von nach oben jetzt irgendwelche Fliegeviecher kommen, dann kann das sein, dass er vielleicht hier so ein bisschen, dass er uns hier ein bisschen den Arsch rettet. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert nicht. Das ist dann wiederum selber wegrotzen. Aber wo selber wegrotzen? Wo war die Einstellung von dem Ding? Oh, das klingt nach Horde. Ja, alles klar. Fremde auswählen. Ja gut, Fremde können wir ausmachen, weil wir haben ja keine Fremden. Gut, dann gibt's dann zum Ende der Folge noch ein bisschen Kloppe. Hallo. Äh, mich kommt gerade gerade gar nicht so ein Fahrzeug runter. Aber dann muss ich mal gucken. Ah, Mist. Ah, scheiße. Ich komme da ja gar nicht runter. Gut, dass ich die Brücke zugemacht habe. So. Na, komm mal her, Mädels. Huch. Na. Ich kriege da hin. Hä? Ist denn hier noch gerade runtergefallen? Ist doch gerade noch jemand runtergefallen. Da. So. Wenn ich schon mal hier bin. So. Wenn ich schon mal hier bin. Moin. Na, Mutti, komm runter. Ach komm, weißt du, dich machen wir mit dem Knüppel. So. Da sind noch ein paar mehr runtergesprungen oder nicht. Ein paar müssen doch noch sein. Ich meine, ich hatte aus dem Augenwinkel irgendwo noch Polizisten gesehen. Ne, da waren keine Polizisten. Da waren einfach nur irgendwelche Schlipsträger. Uh, Vorsicht. Nicht, dass da mir noch gleich einer reinklatscht. Ach, machen wir was anderes. Auf. Einfach. Tschüss. Tschüss. Oh, hat sich der Lack. Siehste. Passt doch. So. So, wunderbar. Okay. Ja, was ist am Ende der Folge? Wir sind gerade noch bei 18 Minuten. So. Äh. Bin ich mal gespannt wegen der Beleuchtung. Das müssen wir uns mal angucken, wenn es nachher dunkel wird. Dann werde ich mich hier nochmal ein bisschen tummeln. So, Generator kann auch wieder aus. Sehr schön. Ja gut, ich meine, dann haben wir zum Beispiel schon mal ein bisschen angefangen. Dann machen wir mal ein bisschen Beleuchtung noch. Wobei, ich werde mir das erstmal in der Nacht angucken. Ob das hell genug ist oder nicht. Oder doch. Oder wie auch immer. Und, ähm, dann schauen wir mal. Ja. Gut, dann lass uns nochmal nicht verstauchen. Ah. So, ein bisschen Beton haben wir ja noch, ne? 6,35. Da können wir uns keine großen Sprünge mit erlauben. Aber egal. Brauchen wir jetzt einmal auf. Muss ja sowieso gemacht werden. So. Ja, und am nächsten Tag haben wir Reloot. Ähm, also was heißt Reloot? Am, äh, Tag 40 haben wir Restock eher. Restock bei den Händlern. Dann können wir dann nachher vielleicht sogar noch mal eine Tour machen. Also es kann sein, dass ich dann vielleicht in der Nacht wieder aufbreche. Und, äh, dann wieder zu dem entferntesten, ähm, Händler hinfahre. Und dass wir da wieder mal gucken, was wir da einkaufen können. Für die 18.000. Ich glaube, die 18.000 Jetons haben wir, glaube ich, noch da. Und dann könnte man noch so ein bisschen was tun, würde ich sagen. So, und was wir auch noch tun können, wo wir gerade beim Thema Tunen sind. Und, da habe ich eigentlich Repair-Kids dabei. Ja, ich war wieder so schnell wie hier keinen mitzunehmen. Dass wir sonst hätten die Steine schon mal wieder ein bisschen abbauen können. Das würde ich aber dann tatsächlich außerhalb der Folge machen wollen, weil, naja, es ist jetzt nicht so wirklich spannend, wenn ich mich jetzt hier durchbuddel. Na, davon müssen wir eigentlich auch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Na, also nimmt das so langsam noch Form an, ne? Vielleicht schaffe ich es sogar noch bis zum Ende des Tages einen restlichen Part Stein. Glaube ich zwar nicht, aber, naja, wir können ja zumindest mal anfangen. Gut, dann würde ich an dieser Stelle auch mal vorzeitig ein Päuschen machen. Na, ihr seht ja selber, ein bisschen was ist noch zu tun. Vielleicht werde ich dann noch mal den einen oder anderen Rahmen, wollte ich sagen, den einen oder anderen Rahmen setzen. Und, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich werde, wie gesagt, in der nächsten Folge wohl dann mal wieder eine kleine Händlertour machen. Und, äh, werden wir das erst mal soweit durch haben. Also, wenn wir hier soweit fertig sind. Naja, also ein bisschen mit Strom. Also Strom haben wir jetzt da schon ganz gut angefangen. Was wir vielleicht noch mal bauen könnten und sollten. Das werden vielleicht noch mal, ähm, diese Stromfallen. Die können wir noch mal, auf jeden Fall noch mal bauen. Mal sehen, wo wir die dann konkret einsetzen. Ob wir das hier vorne machen. Wie in der letzten Staffel. Oder ob wir die vielleicht hier unten mit hinbauen. Na, dass wir hier unten, äh, auf dieser Seite zum Beispiel hier innen liegen. Dass wir hier zum Beispiel Strom bauen. Diese Strom, diese, diese, diese Elektrozäune. Na, dass wir die so ein bisschen blockieren, die Zombies. Dass wir die so ein bisschen wegfräsen können. Das wäre natürlich noch mal eine Möglichkeit. Ich überlege gerade mal. Ähm, wenn wir jetzt sagen würden. Noch mal kurz so ein kleines Hirngespitzt am Ende der Folge. Hirngespinst am Ende der Folge. Wir würden... Ähm, jetzt hier immer an den Ecken jeweils und vielleicht noch einmal in der Mitte würde ich die Stromzäune setzen. So, pass mal auf. So, dann könnten wir hier die Triggerplates setzen. Und die Triggerplates wiederum würden die Dart Traps auslösen, die ich hier reinsetze. Dann hätten wir quasi hier in diesem, vor dem Sockel nochmal eine Verteidigung. Ich mach die, also wie ich das mal gesagt hatte, über die ganze Reihe mache ich natürlich keine Dart Traps. Also das wäre ja Wahnsinn. Na, das, das wäre ja, das wäre ja absoluter Wahnsinn. Das können wir nicht machen. Ähm, ich weiß, dass die langen Triggerplates, obwohl die können wir auch in Reihe schalten, ne? Können wir die langen Triggerplates in Reihe schalten? Ich überlege gerade mal kurz. Die werden wir garantiert in Reihe schalten können. Macht nur keinen Sinn. Weil die würden sich dann ja gegenseitig abschalten. Das heißt, wir müssen jede Triggerplate separat setzen. Hm. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist aber nicht die Mitte. Die Mitte ist... Die Mitte ist hier. Die Mitte ist hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, eine Platte wäre frei. Hm. Und es wäre meine Überlegung, dass man sagt, wie gesagt, an den Ecken und jeweils in der Mitte ist ein so ein Electric Fence. Den Rest der Fläche nutzen wir für Triggerplates. Und die Triggerplates wiederum versorgen die Dart Traps, die hier sind. Das heißt, wir hätten die Situation, die Zombies bleiben da drauf auf den Triggerplates zum einen stehen, ähm, weil sie durch die Elektrozäune festgehalten werden. Und in dem Augenblick, wo sie auf den Triggerplates draufstehen, werden sie eben halt auch durch die Dart Traps beschossen. Das könnte man natürlich mal so machen, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ich meine, 20 Blöcke. Waren das 20 Blöcke, wo die Dart Traps schießen? Das heißt, wenn wir die jetzt hier reinsetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 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 zwölf. Schießen die so weit, 20? Schießen die wirklich bis hier? Schießen die so weit? Naja, ich meine, gut, das würde ja eine Seite richtig gut decken, ne? Das wären natürlich auch wahnsinnig viele Triggerplates und wahnsinnig viele Dart Traps wiederversetzen müssten. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Naja, schauen wir mal. Lassen wir uns das mal durch den Kopf gehen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, früher oder später. Ich meine, wir sind ja schon im Late Game, aber früher oder später. Das ist ja so, dass wir nachher auch, ähm, wir brauchen ja nachher kein Material mehr, ne? Also wir brauchen ja zum Beispiel kein Material mehr für diese Stahlgerüstblöcke. Die werden natürlich auch kaputt gehen, dass wir sie ja vielleicht nochmal wieder instand setzen müssen oder neu setzen müssen. Aber wir brauchen ja bei weitem nicht so viel Material, als wenn wir jetzt alles neu bauen müssen, so wie jetzt, ne? Deswegen brauchen wir nachher nicht so viel Eisen. Und wenn wir nachher vielleicht sogar einen besseren Bohrer haben, dann kriegen wir vielleicht sogar noch mehr Eisen. Da haben wir noch Mods mit, wo wir auch noch mehr Eisen raushauen können. Also, naja, und das Material, das geht uns ja auch nicht aus. Also von daher könnte man natürlich insofern nochmal wieder ein bisschen mehr craften. Wir könnten noch ein paar Schmieden dazu bauen, dass wir da schnelle Eisen einschmelzen können und so weiter und so fort. Wir haben ja Mittel und Wege ohne Ende. Also das sollte eigentlich funktionieren. Gut, dann mache ich jetzt aber Schluss. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, an meinen Ausführungen teilgenommen habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Wenn wir dann, denke ich mal, wieder mal eine Händlertour machen, eine Händlertour machen. Vielleicht machen wir nochmal ein, zwei Locations. Und dann bauen wir hier auch schon wieder fleißig weiter mit Strom und dem ganzen Gedöns hier. Also vielen Dank nochmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht die Dubs dann. Tschüss.